Schaut euch nur diese wunderschöne Torte an. Ich würde sie so gerne verschlingen, aber ich werde sie malen. Oh wow, das ist ja appetitlich. Komm, das essen wir. Mh, wie lecker. Sam, wieso isst du nicht? Weil ich diese Torte gemalt habe. Wie konntet ihr nur? Wisst ihr was? Ihr werdet in dieser neuen Challenge hier teilnehmen. Na, seht ihr dieses Glas mit Skittles? Das hier werdet ihr jetzt zeichnen müssen. Wenn ihr bereit seid, fangt an. Oh wow, voll cool. Wir alle lieben Skittles. Also werden wir uns wohl Mühe geben. Ich werde mit diesen Farben hier malen. Ich glaube, ich werde keine Schwierigkeiten haben. Ich mache erst mal mehrere Punkte. Und jetzt mache ich Streifen daraus. Wow. Oh, es hat geklappt. So, jetzt muss ich nur noch das Glas an sich malen. Das wird ganz einfach. So in etwa. Hey, jetzt spick doch nicht. Mal selber was. Okay, werde ich auch machen. Und ich werde so malen, dass du mich beneiden wirst. Erstmal muss ich all diese Farben vermischen. Oh ja, das wird mega schön. Da bin ich mir sicher. Aber das ist noch nicht alles. Jetzt lege ich das Glas auf mein Blatt. Und schaut euch diesen schönen Fleck an. Den verteile ich jetzt über mein Blatt. Oh ja, das gefällt mir. Wow. Aber das ist auch noch nicht genug. Ich brauche einen Strohhalm. Damit werde ich die Farbe anpusten, damit sie eine abstraktere Form annimmt. Und jetzt muss ich nur noch den Schnuller draufmalen. Aha, so ist gut. Übrigens, ich habe eine Packung Skittles. Hm. Diese Bonbons werde ich aufessen. Lecker Schmecker. Und die Packung benutze ich als Etikett. Herrlich. Hm. Du machst es dir ja richtig einfach, nicht wahr? Ich habe mein Etikett selber gemalt. Na, wie geht's euch, Kinder? Oh, die Zeit ist um. Na dann, zeigt mir eure Bilder. Hier, das ist meins. Ich habe mir Mühe gegeben. Hm, gar nicht schlecht. Und was hat Quentin? Wunderbar. Ich glaube, das ist ein Meisterwerk. Na, Phoebe, beneidest du mich? Oh, du meine Güte. Das ist ja wirklich ein Meisterwerk. Bravo. Du hast dieses Glas gewonnen. Yeah. Ich habe mir schließlich Mühe gegeben. Hm, jetzt kann ich dieses Gelee hier probieren. Hm. Das schmeckt übrigens mega lecker. Mega, 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 mega gut. Hm, sieht appetitlich aus. Kann ich auch was probieren? Nein, du kannst mich nur beneiden. Hm. Diesmal könnt ihr dieses hübsche Kuscheltier hier bekommen. Dafür müsst ihr es zeichnen. Also beeilt euch, die Zeit ist knapp. Oh, das ist ja süß. Ich glaube, ich werde keine Probleme haben. Ich muss nur die richtige Größe und die richtigen Proportionen berechnen. Aha. Boah, bist du schnell. Wahnsinn. Aber dein Bild sieht richtig erwärmlich aus. Du bist mir keine Konkurrenz. Ja, das werden wir mal sehen, wenn du es mal zeichnest. Kein Problem. Oh, ich glaube, ich kann einfach meine Hand als Schablone benutzen. Ich muss sie nur umranden. Und jetzt ein paar Details hinzugeben. Schaut euch das an, das perfekte Einhorn. Hau dir mein Meisterwerk an. Wobei, Mann, das sieht ja wirklich schlimmer aus als deins. Dabei habe ich mir so viel Mühe gegeben. Wisst ihr was? Ich mache mein Bild nochmal. Aber diesmal werde ich mein Tablet hier benutzen. Ich werde einfach dieses Bild hier abpausen. Das ist einfach genial. Wieso ist mir das nicht gleich eingefallen? Ich habe so gut wie gewonnen. Kinder, die Zeit ist um. Also zeigt mir bitte eure Bilder. Hm, Phoebe, das ist niedlich. Aber ich habe mehr von dir erwartet. Quentin, jetzt bist du dran. Hier bitte sehr. Oh, wow, das ist ganz schön originell. Glückwunsch, das Spielzeug gehört dir. Was? Aber er hat doch einfach ein Bild abgepaust. Das ist voll unfair. Ich werde das Spielzeug noch bekommen. Hey, Quentin, was kommt denn da geflogen? Hahaha, reingefallen. Jetzt gehört das Spielzeug mir. Ach du meine Güte. Das sieht ja ganz schön gruselig aus. Äh, Quentin, schau mal. Süß, nicht wahr? Ach du meine Güte. Was ist das denn für ein Monster? Haha, reingefallen. Angsthase. Diesmal könnt ihr diese coole Seifenpistole hier gewinnen. Aber zuerst müsst ihr sie malen. Ich glaube, ich weiß auch schon, wie ich das machen werde. Zuerst muss ich diesen Luftballon hier aufpusten. Jetzt tauche ich ihn in Farbe. So, jetzt mache ich mehrere Abdrücke. Und schon kriege ich wunderschöne Seifenblasen. Oh ja, ich glaube, ich bin das geborene Talent. Oh Mann, Quentin hat echt eine coole Idee. Was könnte ich machen? Ich habe eine Idee. Bam! Oh nein, was ist denn da passiert? Pipi, was hast du angerichtet? Ah, mein schönes Bild. Ups. Ach du meine Güte. Ich glaube, du wirst wohl nicht gewinnen. Zu schade. Oh Kinder, seid ihr schon fertig? Zeigt mir eure Meisterwerke. Das ist mal unfair. Ja, beim nächsten Mal mach nicht so ein Schlamassel. Gefällt dir mein Bild? Schön, nicht wahr? Bravo, bravo, bravo. Du hast die Kanone gewonnen. Bitte sehr. Oh wow. Jetzt kann ich damit spielen. Ach, ich liebe diese Seifenblasen. Aha, jetzt wird es Zeit für meine Rache. Ah, das ist ja voll eklig. Das hast du verdient. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns einen Daumen nach oben und folg unserem Kanal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Also dann, tschüssi tschüss. Tschüssi 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 tschüssi.